Hallo, mein Name ist Daniel Schelske von der Deutschen Carportfabrik. Wir sind der Hersteller der Duroport Carports und in diesem Video erfahren Sie alles Wichtige über unsere Flachdachcarports aus Aluminium. Unsere Duroport Carports sind aus unserer eigenen Entwicklung und werden von uns in Deutschland produziert. Zielweise eine stabile, wartungsfreie Flachdachkonstruktion zu entwickeln, die elegant aussieht und möglichst wenig Pfosten benötigt. Es gibt sie als Einzelcarport und als freistehendes Doppelcarport ohne Mittelpfosten. Beide Versionen gibt es auch als Caravan-Version mit erhöhter Durchfahrt für große SUV, Transporter und Kleinbusse. Ergänzend bieten wir auch Reihencarports mit Doppelstellplätzen und Überdachungen für Fahrräder. Das Duroport hat eine auffallend schlichte Konstruktion mit geraden und schmalen Linien. Die ca. 7% Gefälle nach hinten und die längst liegenden Sparren geben der Einfahrt einen dynamischen Look. Dank durchdachter Pfostenstellung ist die Einfahrt in das Duroport leicht und es bietet ausreichend Raum zum Öffnen der Türen. Außerdem schützt es vor UV-Strahlung, Hitze und Hagelstark. Durch die hochwertigen Materialien hat das Duroport eine extrem lange Haltbarkeit ohne großen Pflegeaufwand. Auch nach Jahren steht ihr Carport fast unverändert ohne große Folgekosten zu verursachen. Die Konstruktion der Duroports ist aus hochwertigen Aluminiumprofilen gefertigt. Sie ist lange haltbar und wartungsfrei. Die Pfosten haben ein Maß von 10x10 cm und eine Materialstärke von 4 mm. Sie werden extra lang ausgeliefert und als Fundament direkt einbetoniert. Die Querträger sind besonders stark ausgeführt und sind bis zu 20 cm hoch und 5 mm stark. Das Dach besteht aus 16 mm Polycarbonatplatten, die in verschiedenen Ausführungen gewählt werden können. Diese sind mit UV-Schutz und optional Hitzeschutz versehen und sind hochschlagfest. Selbst größte Hagelkörner können das Dach der Duroports nicht durchschlagen. Die Oberfläche der Aluteile ist mit einer hochwertigen Einbrennenlackierung veredelt. Als Standard kann man zwischen Weiß und Anthrazit wählen. Gegen einen geringen Aufpreis können Sie Ihr Duroport aber auch in einer Rahlwunschfarbe erhalten. Die Verbindungselemente sind fast ausschließlich in Aluminium und Edelstahl und die gesamte Konstruktion ist durch die sorgfältig ausgewählten Materialien sehr pflegeleicht und haltbar. Damit rechnet sich die Anschaffung durch geringe Folgekosten und lange Nutzungszeit. Die Statik unseres Duroports ist von einem deutschen Ingenieurbüro nach neuesten europäischen Regeln berechnet. Die Materialien sind von führenden Lieferanten aus Deutschland und Europa. Die Vorbereitung zum Bausatz und der Versand erfolgt dann aus unserem Lager in Mecklenburg. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.